Sarah! Komm schon, steh auf! Sei nett zu deinem Bruder. Na ja, ruf mich an, wenn du Zeit hast. Sie hatten neun Monate Zeit weg, Chi-Chi. Sie haben keinerlei Rechtsanspruch. Ich werde mich nicht einschüchtern lassen. Hilfe! Helfen Sie mir! Hilfe! 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 Ich schätze, dass ich nur überleben durfte, damit ich dich eines Tages finden würde. Kommtest du meinen Ehemann? Ich weiß, dass er sehr viele Feinde hatte. Wie die Familien der Opfer von der Busschießerei. Sie hatten den falschen Kerl. Das wird dich glücklich machen. Und das hier, na ja, das schießt dich ins Nirwana. Du warst das! Das hast du getan, Mann! Sieh dir deine Freundin an! Wieso tust du das hier? Auf im Auge! Wir wollten Gerechtigkeit. Was wollt ihr von mir? Ich weiß, dass du es getan hast. Nur ein kaltblütiger Keller kann einen anderen kaltblütigen Killer erkennen. Hast du es getan? Sie wissen es doch! Sie wissen es doch! Sie wissen es doch!